So, ihr guten Leute, willkommen zurück. Danke fürs Einschalten. Wir befinden uns jetzt in Folge 3, Moskau. Ja, das ist der allererste Part. Ich danke euch fürs Einschalten und ja, ich würde sagen, wir labern großartig drumherum. Wenn euch die Let's Plays gefallen, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen über das Spiel habt, fragt Tabasco, der kennt sich besser aus. Nein, schreibt es unten in die Kommentare. Wir werden alles nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. In dem Sinne, let's go. So, Tobacco. We have to do it. Oh, nicht schon wieder. Ja, ja. So, bevorzugter. Ich nehme jetzt die Oskar. Nee, Oskar darf ich nicht nehmen, weil die ist schon. Ivan darf ich auch nicht nehmen, weil der ist auch schon. Dann nehme ich halt Timo. Nein, Timo will ich nicht. Ich nehme es sehr, der Gapopoff. Nee. So, ich nehme die Tussi jetzt. Was ist los? So, dann, ähm, ja, bereit. Moffgau. Hoffentlich haben wir den Wodka eingepackt. Die hat bestimmt den Wodka eingepackt. Nee, der haarige Typ, alter, hat bestimmt den Wodka eingepackt. Die sind aber alle haarig. Ich war eine Kalt dort. Rette die Hubschrauber-Crew. Kapitel 1, ein Zeichen von oben. Ja, so ist das. Warte auf andere Spieler, wer das wieder ist. Ich kann es sowieso nicht gewesen sein, weil... Das ist bestimmt der andere Dude. Naja. Eigentlich müssten die ja hier so festfrieren, die Zombies, oder? Nee, ich glaube, so ist es dann wiederum auch nicht. Ach so, was ich mal fragen wollte. Also, so eine Folge dauert, geht schon meistens so 20 Minuten, ne? Ja, glücklicherweise. Glücklicherweise laufen die so zwischen 20 und 25 Minuten, ja. Oh, Barroos, geblatt. Wie seid denn jetzt da hochgekommen, alter? Ach, hier. Sieht schon gut aus, hier drinnen. Ach, ich bin eh, war ein Problem. Ich meine, wenn man schon in Russland ist, dann muss man sich auch anpassen, weißt du? Ja, schon. Nö. Geste das zu? Oh, Timo ist draußen. Tschüss, Timo. Timo ist drinnen. Hallo, Timo. Komm mal. Der Schleicher. Ja, in Russland ist prinzipiell. Schmack Herbst, aber es ist nicht so warm, nicht so kalt. Ja, das ist genau warm. Naja, ab und zu zu schön, ne? Herbst halt, ne? Was ist deinem Giesjahrestal? Im Sommer, oder? Ich mag's nicht warm. Ne, ne, ich hasse Hitze. Also auch so Herbst. Ich hab dich grad fast nicht verstanden, aber okay. Ich mein, du, also auch Herbst-mäßig so, ne? Mir ist alles recht, wo es nicht zu warm ist. Ja. Creeper down. Stier. Oh, no, 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 no. What's your fire? Mondtag. Throwing a grenade. Reloading. Creeper zombie. Stop shooting. in deinen weg durch das museum alles klar timo hat sagen gelockt alter ist die munition bei der auf jeden fall ohne scheiß nicht aufpassen weil die kannst du runter wollen ich falle in das runde alter wenn das passiert hier wo kommen jetzt es hat von hinten einer angeschossen der wollte ich runterfall er hat mich und er ist ich genauso guckt wie der hier erst mal munition auffüllen gehen munition und granate du wolltest da gerade runter alter ich hab's gut auf sich gezeigt nächstes mal sage ich dem alter der soll nicht nicht treffen aber ich bin eingelegt er hätte aber sein können ich gehe mal ausschalten wusste er kennt viele denn der leute ich kann ihn gar nicht er ist auf der ganz anderen seite zeig dir immer das macht achtung pass auf ja du musst halt mit dem profil unterwegs wir kommen ganz viel herkomme ich muss ja gerade die ich erkennen die von hier unten kommt fischer alias menschen alias zu weibers das war's er hat uns voll zerbröselt alter dreck sagt ich habe dich gehört er wollte mich anfallen der junge wir müssen ja ja er hat mir ja 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 er hat gar nicht mitbekommen dass da neben einer stand alter da wie wir uns ja auskennen müssen noch voll sein hier stinkt das wie scheiße ja leichen riechen halt nun mal so ich hab voll gefurzt alter alter schweden heftig heftig yo hier das wollte ich zeigen komm her schnell herr komm und ist da voll die kokosnuss guckst man deine kokosnuss alter bongo in deinem weg nach unten zur abschützstelle oh was ist das da haben wir schon darum gekümmert hier ja habe ich gesehen danke easy was glaubt die kommen auch hinter uns jetzt oder alter wie schnell sind wir dann alter dass da hier teleport und verteidigungsmöse ich brauche den mal hier hin wir sind nach Moskow mhm mordern rescue we lost a team in red square they're gone noo they sent a distress call an hour ago very nice oh ich glaub es europe super ok schade wenn ich gerne hoch gegangen ganz hoch aufs schiff die jetzt hier vorne VPN den mörser aber hat ein bisschen in den zorn kommen jetzt good night er wollte uns gerade nieder machen alter hier kommt so ein stoppen bull ich habe in sein loch geschossen kommt jetzt von der flanke hier kann ich gar nicht verteilt der schießt wird in meine richtung anstatt seine zu verteidigen da ist noch ein bull oder ist er ins wasser gefahren möglich möglich das ist ein bull und ich komme jetzt von hier vorne und hier rechte seite nice der mörser war effektiv bis Bumashka helikopter von mir rum zu fummeln du alter geiler bock das war es nicht überspringen aber jetzt die leute wollen das sehen deshalb sind wir hier jetzt kann man nicht einfach okay leute das war's mit kapitel 3 folge 3 kapitel 1 moskau ich danke euch fürs zusehen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn euch das vielleicht gefallen lasst doch mal einen daumen nach oben da oder ein kommentar der kommentarsektion würde mich mega freuen in dem sinne haut rein euer space ciao